Was war denn los? Er hat sich immer noch nicht um sein Praktikum gekümmert. Sabine versteht nicht mehr, wie man mit den Jugendlichen heutzutage sprechen muss. Jung John, boah! Die kicken dich aus dem Abi. Oh hey, normalerweise bin ich der allererste, der sagt YOLO. Stell dir vor, du kriegst das Ganze am Ende nicht. Bitch, please! Also lass Haare wehen. Sei ein Player. Alles swag. Let's work. Save.